Musik Hallo und herzlich willkommen YouTube beim Killer Party und nun zuerst das Bundesliga-Spiel und zwar gegen Kaiserslautern am Samstag den sechsten 8 müsste es sein ja 6. August zwei Tage von einem Geburtstag ähm Marien ich war ein bisschen angeschlagen aber das ist jetzt vorbei und ich fühle mich bereit für das erste Saisonspiel auch wenn sie meine Leistungen auch wenn sie meine Leistung in Vorbereitungsspielen nicht überzeugt hat äh ja kommt trotzdem her dran so dann spielen wir das erste Mal heim ähm spiel Aufstellung für Werder Tim Wiese Fritz Sokrates Erfolter Hartherz Igniowski Hunt Echichi Jürgen Savic Pizarro Rosenberg Sokrates Jürgen Füllkrug gibt's den schon ist auch oder alle sehr verletzt spiel 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 auf ihrem Fosse er hat zwar jetzt gegen Hammer verloren letzte Testspiel ja mal Jürgen Savic oder die Mannchen sagen Jürgen Savic ich bin immer noch der Jürgen Savic weil Jürgen Savic klingt irgendwie ein bisschen komisch äh ja ja Pizarro Spannendes aus der Liga für Sie kommentiert von Frank Kuschmann und Manni Beuchmann heute Heimspiel und das heißt Auftritt vor den eigenen Fans und die Müssen und werden natürlich alles geben um ihre Mannschaft beim Klassenhals zu unterstützen der Gegner in diesem Spiel eine Mannschaft die sich wohl mit aller Kraft in den Abstieg wehren muss denn nicht Abstieg wäre ein großer Schiedsrichter ist Schwurbel er hat er Stefan Schwurbel als Deutschland ja los geht's los geht's ich nie ausgehe erfolge hart jetzt ein Böses Verhalt finde ich irgendwie aber die Zeit das ist nicht gewertet Jürgen Savic Jürgen Savic Pizarro Pizarro guter Beginn von Werder Bremen wenn man diese komischen Fouls hier diese beinahe Fouls fast aber so ab jetzt gibt's ein Freistoß und ich aufs Lippe kommt die Gerwe Karte aber da gibt's auch überhaupt keine Diskussion ein Vorteil ja wird doch kein Freisches und wie sie sich will das Spiel schnell machen Ball kommt wie ein Bömerang zurück aber ich nur aufs Köln Unitser wird schadet Kiki Rosenberg Pizarro Fick Yunus so wird ja bitte dritter Stock ja und vor allem wie schnellt er sich denn da so wird das nix werden ähm dann hätte ich noch eine Frage und zwar wie findet ihr die Qualität ich nehme ja mit einem Videograber auf ich will mir ja demnächst diese Roxy GameCapture Card kaufen vielleicht habe ich sie schon wenn das Video oben ist denn ich weiß nicht wann das wenn ich das Video hochladen werde aber schreibt es mir bitte in die Kommentare es würde mich sehr interessiert und jetzt Sokrates gegen Schächter ja 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 ich weiß ich auch nicht wie sie einfach mal weit nach vorne Pizarro Rosenberg fällt nicht schnell ich weiß nicht aber es geht schon weiter ja zu sie möchten schauen ja so Pizarro spätigte Doppelpass und es ist abseits so achten um ein träge Spiel bis jetzt Pizarro wo sind wir den Absatz? Ach wieso eigentlich gleiche Höhe für mich für mich war das wirklich gleiche Höhe so Pizarro schickt Rosenberg Rosenberg war nichts war nichts jetzt ist es bei der Halbzeit in 5 Minuten und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz hat er hat das Preis aufschreiben um den Ball gewonnen so ganz laut ist beim Angriff aber Hotterz und Fritz helfen die Verteidigung Pizarro Rosenberg ich muss verständnis mit Pizarro ich muss verständnis mit Pizarro ich nie aufs gehen wollte angreifen hat er nicht getan die Kasselslautung wird frecher aber gut von Fritz aber dann verliert er ihn wieder aber jetzt gut geklärt aber Einwurf auf heute ich jetzt man ist halbzeit 9 zu 0 und wir wechseln nochmal aus Pizarro hat mir nicht so gut gefallen und deswegen kommt einfach Pizarro mal für Arnautovic raus raus ich habe ihn jetzt rausgetan ja Arnautovic für Pizarro Arnautovic soll frischen Wind bringen weiter geht's Werden doch geht das erste Spiel gegen Kesselslautern gewinnen in in echtes 2-0 ausgegangen für den SV Werder der Doppel-Tor-Schütze war Rosenberg und dann ist es gefallen Schächter in der 49. Spielminute macht das 1 zu 0 für den FCK nicht gut das hat aber Bremen war die bessere Mannschaft und ist die bessere Mannschaft Arnautovic der neue Arnautovic Trab hält sicher Trab hält sicher Ticci ist überhaupt nicht auffällig Arnautovic Conchison Ball noch im Spiel Rosenberg 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 der Schuss unhaltbar aber ich reagiere trotzdem Egitschi hat mir nicht so gut gefallen und Marien Egitschi ja sollte er eigentlich als Spielmacher kommen ist dann doch eher nur Ersatz ne ein Ergänzungsspieler so Bremen will jetzt den 3er Marien auf Rosenberg nein auf Junid Savic Junid Savic Junid Savic Entschuldige ich bin noch ein bisschen krank Rosenberg Marien gut gespielt Marien abgeblockt jetzt könnte sich eine ein Konto entwickeln Faul und das war vielleicht auch Geld würdig aber wo war abseits kein Faul ich hab das Faul geteppt Rosenberg Arnautovic kommt er aus dem Gleichgewicht Arnautovic Rosenberg kommt nicht dran ich muss aufpassen er hat schon gelb den werden wir jetzt auch mal schnell raus tun nicht dass das zu gefährlich wird Egitschi Rausenberg fährt er rein denn ich will keine rote Karte hier Prozent 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 ich will keine rote Karte hier Prozent 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 ich will verhindern dass Prozent Prozent der höchste Reiche aber dann immer diese vier Pässe im Aufbauspiel und auch hier ein dicker Rosenberg 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 das ist das 2 zu 1 durch Markus Rosenberg ein richtig schöner Treffer ein richtig schöner Treffer aber halt natürlich auch nur möglich gewesen doch den Fehlpass das immer auf Beispiel der Kaiserslautern äh Lautern Lauter ja ich hab heute irgendwie ein Sprachfehler aber jetzt wie sie wie sie und Bremen führt 2-1 das gibt es doch eigentlich gar nicht aber gut sie liegen ja hin Junotsovic ein unglaubliches Tor ein unglaubliches Tor schaut euch das doch mal an unglaublich Tor des Spieltags Tor des Monats unglaublich also für dieses für diesen Treffen müsste doch für mich ein Abo drin sein oder? Tor des Monats wirklich unglaublich es ist der Schlussfiff ein Start und dann ist das Spielzeug äh Rosenberg trifft einmal und Junotsovic mit einem Traumtor das ich immer noch nicht fassen kann ein super Fußballspiel was wir da gesehen haben da kann man sich beruhigt in den Feierabend verabschieden mein Name ist Manni Broeckmann tschüss bis zum nächsten Mal ich spiele des Tages Rosenberg mit einem mit 9,6 Junotsovic mit 9,5 aber wirklich ein unglaubliches Tor wie ich finde Hammer Tor vorhin im Winkel gezimmert und und ich verabschiede mich mit ähm mit einem was will Naldo mir ja Naldo ja auf jeden Fall bis zum nächsten Mal euer Klapperti